Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In den nächsten Tagen und Wochen sind Schokolade und bunte Eier allgegenwärtig und stapeln sich auch in unseren Läden in allen Grössen, Gattungen und Varianten und signalisieren, dass die Oster vor der Tür steht. In der Coop-Zeitung dieser Woche erwarten Sie ausserdem ein umfangreiches Magazin mit allem, was an Ostern aktuell ist. Mit Tipps für das Osternest, stimmungsvollen Tischdekorationen und so weiter. Auch ein Rezeptvorschlag für ein besonders festliches, aber unkompliziertes Ostermenü hat es in diesem Magazin. Einfach zum Nachkochen und wie immer zusammengestellt von unserem Küchenchef, Armin Amrein. Und zwar ist es der Mal von etwas, das gut zu dieser Jahreszeit passt. Schön grün und frühlingshaft, frisch und voller Vitamine. Ein Spargelsalat. Grüezi miteinander. Bevor es so weit ist, möchte ich Ihnen aber noch zwei Neuheiten vorstellen. Es sind ebenfalls Vitaminspender, das mal aber in flüssiger Form. Ein neuer, frischpresster Bio-Orangensaft kommt von Coop Naturaplan. Rund drei Kilo Orangen braucht es für einen Liter von diesem erfrischenden Getränk. Blonde Schamutiorangen aus Israel oder dunkle Blutorangen aus Italien. Und weil dieser frischpresste Saft auch frisch soll bleiben, finden Sie einen gekühlt in unserer Molkerei-Abteilung. Der gerechte Lohn für Kleinbauern und für Pflückerinnen aus der dritten Welt ist ein wichtiges Anliegen der Max-Havilar-Stiftung. Coop unterstützt die Idee jetzt auch mit einem Orangensaft und einem Cooperation-Label. Nach dem Ernten auf den Orangenheimen werden Orangen in der eigenen Fabrik von den Kleinbauern zu Konzentrat verarbeitet und kostensparend zu uns in die Schweiz transportiert. Mit dem Kauf des Naturprodukts leisten Sie einen wichtigen Beitrag an bessere Lebensbedingungen von Familien wie dieser von Alfredo Rodrigo dos Santos in Brasilien und das zu einem bescheidenen Mehrpreis. Zweimal wertvolle Vitamine stehen also neu und fruchtig frisch zur Auswahl in unseren Läden, eingeschenkt von Coop Naturaplan oder Cooperation Max-Havilar. Nicht ganz so fruchtig, aber dafür umso konzentrierter zu der täglichen Vitamineration verhilft uns Santogen, die optimal abgestimmte Vitaminlinie für die ganze Familie. Santogen Protection unterstützt Immunsystem und stärkt Abwehrkraft. Santogen Fitness versorgt aktive Personen mit Vitamin- und Mineralstoff und steigert die Leistungsfähigkeit. Die Vitamin-Linie Santogen kommen Sie exklusiv bei Coop im Bonbon-Rayon über und noch mehr Informationen dazu gibt es im Internet. Jetzt wird es aber wirklich Zeit für das versprochene Ostermenu. Wie wir sehen, ist unser Chefkoch schon fest am Arbeiten. Was gibt es, Armin? Wie gesagt, einen Spargelsalat als Vorspeiss. Dann geschnetzeltes Bouletfleisch an einer rassigen Currysoße und ein Erdbeerefeuilleté zum Dessert. Fein! Und was sehen wir da im Studio? Weil uns auch Zeit fehlt, müssen wir uns auf den Hauptgang konzentrieren. Für die Currysoße nehmen fein gehackte Zwiebeln im Anken anzudämpfen, Bananen, Äpfelwürfel und grob gehackten Knoblauch mitdämpfen, Geflügelvon oder Hühnerbouillon und eine kleine Dose Kokosmilch dazugeben. Und unter gelegentlichem Rühren bei kleiner Hitze 10 Minuten kochen lassen. Dann die Soße pürieren und durch eine Säbe streichen. Aufkochen und mit mildem und scharfem Curry und mit Salz würzen. Die Bullenbrüste mit Haushaltpapier trochentopfen. In 1 cm breite Streifen schneiden und in der heissen Brotbutter ca. 3 Minuten braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Auf vorgewärmte Platten oder Teller anrichten. Oder wenn Sie wollen, mit Ananaswürfel und Pfirsichscheiben garnieren. Wunderbar sieht das wieder aus. Und zum Lustig machen, möchten wir Ihnen jetzt doch noch die Vorspeise, den Spargelsalat und den Dessert, die Edebärfoyete, zeigen. Alle die Rezepte finden Sie diese Woche in der Osterbeilage von der Coop-Zeitung. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Ja, mit diesen Aussichten kann man sich ja richtig auf die Osteren freuen, auch wenn das Wetter wieder mal nicht so richtig mitspielen sollte. Orangensaft von Coop Naturaplan und Cooperation Max Havelar habe ich Ihnen heute unter anderem als Neuheiten vorstellen dürfen. Eine weitere Coop-Exklusivität. Der Mondial Orangensaft ist zwar nicht neu bei uns, hat jetzt aber einen besseren Verschluss bekommen. Man kann ihn jetzt besser aufziehen, ohne nasse Finger sauber einschenken und die angebrochene Packung wieder dicht versliessen. Im 6er-Pack ist der Mondial Orangensaft jetzt übrigens günstiger. Eine gute Gelegenheit zum Ausprobieren. Ebenfalls zum Aktionspreis offerieren wir Ihnen diese Woche Swissalpina mit Kohlensäure oder Legere ist 30 Kg günstiger. Mit der Co-Profit-Karte gibt es einen Butterzopf zum halben Preis und ein Murmeln-Kofferset offerieren wir Ihnen 9 Franken günstiger, denn Sie wissen ja, Co-Profit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Das war es schon wieder für heute. Danke, dass Sie Zeit hatten und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Danke. 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 Danke.